Kommen wir rein. Ey, tanze ein bisschen, Dani. Nein, ich mache es nicht. Komm jetzt. Nein, wir wirst ein Dreifel tragen. So, Magic Mike-mässig. Komm jetzt. Nein, ich mache es nicht. Mann, wir können das. Nein, du kannst das nicht. Scheiße. Da kommt die Musik raus. Schleichwerbung. Ein bisschen Spass gehört dazu. Das Feuer brennt schön. Jetzt warten wir auf ein bisschen Blut. Dann gibt es was zum Naschen. Ja, Kumpel. Ich will auf keinen Fall gefilmt werden. Kein Problem. Wir sind ja libertär. Es ist wirklich cool, so ein Tag im Wald. Mit ein bisschen Musik. Kommt gut. Jetzt filmt er mich selber, dieser Big Song. Seht ihr ihn? Da ist er ja. Ja, wir kennen uns schon seit Kindergarten. Deswegen können wir auch so miteinander. Wir trinken ein bisschen Bier. Rauchen. Natürlich nur Tabak. So lässt es sich genießen, Leute. Essen. In der Natur. Die Tiere. Die fühlen sich. Ja, jetzt haben wir Musik. Aber wenn es dunkel wird, stellen wir sie dann schon ab. Ganz klar. Und wir räumen jetzt immer alles auf. Wir lassen nichts liegen. Ja. Das ist auch wichtig. Es geht auch darum nicht. Vielleicht muss man sich mal verstecken irgendwo. Und dann ist es gut, wenn man nicht weiß, dass jemand da war. Und deswegen immer wieder alles so machen, wie es gewesen ist. So, das ist die Devise. Das macht auch Sinn. Man ist ja nur zu Gast in der Natur. Und man will die Natur auch zu nichts zwingen. Genau so, wie wir Menschen auf nichts zu nichts zwingen sollten. Ich komme auf den Philosophen. Das ist wirklich... Man macht auch Videos. Ich würde... Ich schaue es mir an. Dann postet es auf dieser Seite. Grüße an Ohnesorg. Grüße an... Ah, wie heißt der jetzt? Fritz Müller? Ich weiß nicht. Grüße an. Es tut immer gut, ein bisschen zu diskutieren. Auch wenn ihr nicht oft... Vielleicht nicht immer meiner Meinung seid. Ich akzeptiere euch. Egal, was ich für eine Meinung habe. Denn ich denke, ihr seid gute Menschen. Hey, aber das darfst du auch nicht. Hey, ich mach dich fertig. Ja... Ich mag euch Jungs. Und deswegen... Wir sollten einander helfen. Ich versuche hier meinen Beitrag zu leisten. Und... Ja, und ihr solltet das auch tun. Wir können uns alle gegenseitig helfen und unterstützen. Also... Geht in den Wald. Versucht es aus. Mach deinen Garten. Dann fangt an selber etwas aufzubauen. Denn sich immer nur über die Verschwörungstheorien... Gedanken zu machen... Das nützt ja nichts. Da kommen wir nicht vorwärts. Wir müssen neue Perspektiven schaffen. Neue Wege beschreiten. Und... Sie werden uns nicht helfen dabei. Also werden wir das wohl selber tun müssen. Es ist so schön. Die Sonne. Die Schweiz. Die Welt. Das muss ja nicht die Schweiz sein, oder? Ich wohne jetzt halt hier. Das ist schön. Ich liebe das. Es muss nicht viel sein. Nicht wahr? Manchmal reicht einfach ein schöner Ausblick. Feuer. Ja, okay, die Musik ist Luxus. Müsste nicht mal sein. Man hört ja die Vögel. Aber mein Kumpel und ich finden Musik halt cool. Das ist so ein Menschenbing. So. Also. Vielleicht kriege ich noch mal Lust mich zu melden. Ich weiss nicht warum ich das... Es ist einfach ein schöner Tag. Und ich will, dass ihr wisst, dass es wirklich Wege gibt zu beschreiten, die einem das Leben so schön gestalten. Wie soll ich das sagen? Es ist... Man kann es selbst... Man hat es selbst in der Hand. Ja, man muss ja nicht immer auf dich achten. Ich selber habe kein Fernsehen mehr. Ich schaue mir diesen Scheiß nicht mehr an. Und es geht mir viel besser. Ich muss mich die ganze Zeit ärgern. Und so weiter. Peace.